Wenn ein Betrieb von der Behörde dann den Anlagenbewilligungsbescheid erhalten hat, dann ist er zu Recht einmal happy und freut sich. Aber was ist dann noch zusätzlich zu beachten? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Niedower von der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niedower und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Und zu dem Thema hat meine Anwaltskollegin Lisa schon einmal ein Video gedreht und ich mache heute sozusagen das Folgevideo und setze auf das auf, was uns die Lisa schon damals berichtet hat. Und im Wesentlichen geht es ja darum, dass die Behörde mal irgendwas bewilligt, was der Betrieb gerne hätte, also eine Änderung seiner Anlage oder ein neues Projekt. Und dieses Projekt wird eben genehmigt. Und im Wesentlichen geht es da um drei Grundsätze. Erster Grundsatz Bescheid lesen, zweiter Grundsatz Bescheid verstehen und dritter Grundsatz Bescheid einhalten. Und wenn Sie sich jetzt denken, Bescheid lesen, das ist ein kleiner Scherz, das ist eine Selbstverständlichkeit, dann würde ich mal entgegnen. Das kommt aber in der Praxis nicht immer vor, weil man freut sich ja verständlicherweise so, dass die Bewilligung da ist und legt den Bescheid in die Lade. Aber lese es hier mal genau durch, was da alles drinnen steht. Das ist nicht unwichtig, insbesondere wenn man es so lesen möchte, dass man den Bescheid auch dann versteht. Er hat ganz grob gesagt zwei Teile, die man unterscheiden muss. Der eine Teil ist der Spruch des Bescheids. Da wird einmal genehmigt, du darfst dein Projekt so umsetzen. Da stehen aber auch noch zusätzliche Auflagen drinnen. Du musst das und das und das bei der Umsetzung deines Projektes berücksichtigen. Möglicherweise steht da auch noch eine Anlagenbeschreibung drinnen. All das ist rechtsverbindlich. Der zweite Teil ist die Begründung. Da wird dann erklärt, wenn man sozusagen im Spruch irgendetwas nicht versteht. Oberster Grundsatz bei diesen Auflagen, nehmen Sie diese Auflagen ernst. Das sind ja oft mehrere hundert Auflagen, wenn man Pech hat. Geben Sie die in irgendein vernünftiges Verwaltungssystem rein und schauen Sie, dass Sie die entsprechend erfüllen. Und der wichtigste Punkt bei diesen Auflagen sind die Fristen. Oft steht drinnen, du musst den Baubeginn bis da und da setzen. Du musst das Projekt bis zu diesem Zeitpunkt beenden. Du darfst Bäume nur in bestimmten Zeiträumen roden. Und wenn man Fristen übersieht, dann kann das zum Beispiel bei einer Baubeginnungsfrist dazu führen, dass die Bewilligung weg ist. Oder bei so einer Rodungsfrist auch dazu führen, wenn man die nicht einhält, dass der Staatsanwalt vor der Tür steht. Das soll man meiner Meinung nach nicht riskieren. Letzter Grundsatz, Bescheid einhalten. Irgendwann wird das Projekt gebaut. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute, die das Ding dann bauen, auch tatsächlich wissen, was hier einzuhalten ist. Das ist da passieren in der Praxis im Wesentlichen die größten Fehler. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann soll es am Ende des Tages auch gut gehen.